10-Jahr-Joke-TV. Viel Spass mit dem Witz von Delias mit dem Titel «Kontrolle». Hallo, ich bin Disa von Delilas. Ich bin Muriel von Delilas. Ich bin Darni von Delilas. Das ist der Rinner von Delilas. Gehört auch dazu. Delilas hat uns eben manchmal. Und das ist unsere Spasskanone. Mein einziger Witz wäre, ich fahre mit dem Zug nach Zug. Das ist aber nicht so gut, darum bringt der Rinner nicht. Ueli Heiniger geht auf Amerika. Das erste Mal, er fragt bei seinen Jungs umeinander, Jungs, Amerika, muss ich etwas schauen? Er sagt, du musst einfach schauen, mit dem Polizisten ist es nicht so bei uns im Land. Ueli Heiniger ist auf Amerika gegangen, hat sich ein Auto gemietet, im Land hat träumen, ist losgefahren, auf die Highway. Und das erste Mal eine Strassenkontrolle, die Polizei haltet ihn an. Einen grossen, schwarzen, kräftigen Polizisten wie aus dem Film haltet ihn an. Heiniger tut langsam die Schiebe, da drüllen. Räuft der Polizist. What's your name, Sir? Heiniger. Was Loli-Börner tut, sagt er es. Zaya, JogTV. Zaya, JogTV. Zaya, Lachkrampfmuskeln. Nein, Muskelkrampf lachen. Das Gleiche.